Hallo, ich teste heute diesen Blumentopf von Komposana. Der ist mit Blumenerde schon gefüllt und ich bin sehr gespannt, wie es ist. Hier steht es einfach und sauber pflanzen, das möchte ich sehr gerne und in der Erde gibt es Langzeitdünger für acht Wochen. Also machen wir mal auf. Schaut mal, die Erde ist feucht, ich dachte die Erde ist sehr trocken und man sieht den Dünger auch. Die Erde sieht sehr gut aus und ich finde den Topf gut, der ist groß. Ich habe hier eine Pflanze, die hat schon seit langem einen viel zu kleinen Topf und jetzt muss sie umgepflanzt werden und die freut sich sicher darauf. Also, aha, ich ziehe die, ich nehme die Handschuhe auf. Die Erde möchte ich nicht gießen, weil die schon sehr feucht ist. Und so machen wir das. Ach schön, wirklich schnell und sauber. Ich bin begeistert. Schaut mal, ganz einfach geht das. Super. So wollte ich schon immer umtopfen. Prima. Den Deckel mache ich ab. Schön. Man muss acht Wochen lang nicht düngen. Von Komposana. Prima. Schaut mal, das Ergebnis ist toll, oder? Mhm. 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 Vielen Dank.